Willkommen bei Movietime. Herzlich willkommen zu Movietime. Heute besprechen wir den Film Sliver aus dem Jahr 1993. Und dazu begrüße ich sehr herzlich Stefan Preiss. Hallo Stefan. Hallo Jan. Ja, wir haben ja bereits im Review zu Das unsichtbare Auge von John Carpenter darauf hingewiesen, dass wir diesen besonderen Film betrachten, der ja auch etwas mit Stalking zu tun hat, was so diese kleine Verbindung zwischen diesen beiden Filmen ist. Und ja, dann fangen wir doch gleich mal an. Stefan, wo hast du den Film zum ersten Mal gesehen? Wie bist du aufmerksam geworden auf den Film? Das muss irgendwann in den späten 1990er Jahren auf ZDF gewesen sein. Und der Film, der hatte eine gewisse Popularität unter Jugendlichen in der damaligen Zeit. Also wenn man, also heute ist er ja eher so eine Art Geheimtipp. Und er steht ja auch ein bisschen im Schatten von Basic Instinct, was ja ebenfalls auf einem Drehbuch von Joe Asterhuis beruht. Und ja gut, das war eben der, also Sharon Stone spielt ja da in beiden Filmen die weibliche Hauptrolle. Und Basic Instinct ist eben heute der bekanntere Film. Und aber ich muss eigentlich sagen, als Jugendlicher kannte ich jetzt eher Sliver. Und ja gut, der Film, der gefiel mir tatsächlich deshalb, weil er, und das ist vielleicht heute auch das Besondere, weil er mich sehr stark an das unsichtbare Auge eben erinnert hat. Ja, das geht mir genauso. Also ich muss auch sagen, ich kannte eher Sliver als Basic Instinct, woran auch immer das liegen mag. Aber ich habe ihn zuerst auf Videokassette gesehen. Und da fand ich den Lokal immer so schlecht. Also als Thriller vor allen Dingen und auch diese Thematik. Aber gehen wir doch erst einmal auf die Schauspieler ein, die wir da drin haben. Es ist ja schon eine große Starbesetzung für einen Film. Das heißt, wir haben ja Sharon Stone, die ja auch in Basic Instinct mitspielt. Und William Baldwin, der ja damals ein riesen Frauenschwarm war, der hatte da so seine Hochzeit. In der Zeit, da gab es auch Backdraft und diese ganzen Geschichten. Ziemlich zwielichtige Rolle hat er allerdings in Sliver. Also das vielleicht auch so viel zur Charakterzeichnung. Das ist ziemlich ambivalent in den Filmen auch. Also das sind so teilweise Personen in ungewohnten Rollen. Er ist ein sehr mysteriöser Charakter. Genau, genau. Er hat offenbar auch einige psychologische Probleme aus der Vergangenheit. Und was ihn ja dazu führt, was er da in dem Film macht, was wir ja noch sprechen werden. Und Tom Beringer haben wir noch drin. Als dritte Hauptperson, kann man so sagen. Ja genau, auch in einer sehr spannenden Rolle, wie ich finde. Er spielt ja da einen Intellektuellen, also einen Schriftsteller. Und das überhaupt mal auch, da verraten wir schon mal so viel über die Figurenzeichnung. Das sind Personen, die mindestens eigentlich der gehobenen Mittelschicht, wenn nicht der Oberschicht eigentlich, angehören. Also der Film spielt ja in Manhattan. Das titelgebende Gebäude, Sliver, der Splitter, das ist eben ein Wohnhochhaus, in dem Menschen leben, die sich das auch leisten können. Ja, da wohnen ja einige Leute. Zum Beispiel ihre Nachbarin Polly Walker, gespielt. Ah ne, Weiderborn heißt sie. Ja, ja, Polly Walker ist ja die Schauspielerin. Sorry. Und ihre ständig, ja, wie soll man sagen, prünftige Kollegin Colleen Kemp, gespielt von Colleen Kemp, das ist die Judy Marx. Die ist ja auch sehr witzig. Und ihr Chef Martin Landau, den darf man auch nicht vergessen. Toll gespielt. Also es war sehr gut besetzt, finde ich. Was meinst du dazu? Also ich fand auch die Wahl der Darstellerinnen und Darsteller auch sehr gut, also auch wirklich passend für den Film. Ich finde es eigentlich interessant, dass die Kritik den einen oder anderen Darsteller durchaus eben bemängelt hat von, also vor allen Dingen Tom Beringer, also langweilige Darstellung, was ich so nicht unbedingt sehen würde. Aber naja, gut, das ist ja so, Kritiken, die weichen ja auch voneinander ab. Und deshalb habe ich vorhin auch gemeint, Silvers, heute vielleicht doch eher ein Geheimtipp. Weil ich muss auch mit dazu sagen, ich meine, gut, der Regisseur Philipp Neuss, gut, hat eben auch Stunde der Patrioten gemacht, also oder vor allen Dingen Todesstille. Also das ist auch ein Thriller, den ich sehr gut finde. Was ich noch zum Casting sagen würde, der Film hat ja schon ein sehr, sehr gutes Casting. Bis in die kleinsten Rollen hinein, wenn wir da auch an Lieutenant Victoria Hendricks in dem Film sprechen würden. Das ist von der Frau Pounder, von der Schauspielerin C.C. H. Pounder dargestellt worden. Auch brillant. Und wer mir auch sehr aufgefallen ist, der spielt ja in dem Film sozusagen den Intellektuellen, der ja die Psychologie der Kameralinse eingeführt hat in den Film mit seinem Spruch. Er hat da irgendwelche Vorträge. Und das war ja Gus Hale, der ja in der Badewanne dann verunglückt ist. Gespielt von Keane Curtis. Also schon tatsächlich Leute, die man kennt. Und vor allen Dingen, das ist auch, es ist vielleicht, ich versuche mal nachzuvollziehen, warum der Film vielleicht heute nicht so bekannt ist. Es ist natürlich schon eine auch irgendwo traditionelle Kriminalgeschichte, die, wenn wir uns die Handlung anschauen, vielleicht gar nicht einmal so außergewöhnlich jetzt auch ist. Also es geht um einige mysteriöse Todesfälle in einem Hochhaus. Also da das, also der Sliver, das ja, er hat ja, sie wohnen ja in der 20. Etage. Das erinnert mich ein bisschen an einen ganz tollen Thriller in Schwarz-Weiß mit Gregory Peck, die 27. Etage. Also so diese, ja, diese, diese Hochhaus-Thematik, die ist natürlich im amerikanischen Thriller sehr präsent. Und was man auch vielleicht noch eingangs mit dazu sagen sollte, Sliver beruht auch auf einem Drehbuch, Entschuldigung, auf einem Roman von Ira Levin, der ja auch den Roman, die Vorlage zu Rosemary's Baby geschrieben hat. Also auch eine Handlung in New York angesiedelt, wo ein Gebäude eine ganz wichtige Rolle spielt. Und das ist eigentlich auch so, die Verbindung zwischen beiden würde ich da auch irgendwo sehen. Dass, ja gut, es um ein großes Gebäude geht, aber letzten Endes das Unheimliche da drin, das wird eigentlich durch deren Bewohner eigentlich ausgestrahlt. Also das ist so gar nicht einmal so, so Sliver ist jetzt das, es war ja titelgebend, ist schon auch irgendwo eine Art Hauptfigur auch. Aber wirklich, also das Gefährliche, das Bedrohliche kommt eigentlich von den Personen, die dort wohnen. Und gut, Sharon Stone spielt eine Lektorin. Sie hat gerade die Scheidung hinter sich und sie zieht eben dort ein und schließt auch bald Bekanntschaft mit mehreren Personen eben, die dort wohnen. Unter anderem eben auch mit einem Intellektuellen namens Jack Lansford, der ihr auch nachstellt, der sie auch, ja gut, aufdringlich verfolgt. Dann lernst du eben noch einen Mann namens Jake Hawkins kennen. Und ja gut, mit dem beginnt es ja eine ziemlich heftige Affäre. Also das ist jetzt der Grund, warum Sliver als Erotik-Thriller bezeichnet wird. Ein Jowola, wo es eine völlig andere Konstellation ist, wie meinetwegen bei Basic Instinct. Also bei Basic Instinct, da haben wir ja oben drei noch. Also der Ermittler hat ein Verhältnis mit der Hauptverdächtigen eigentlich. Also diese Konstellation ist es hier nicht. Wobei ich aber eigentlich, das ist vielleicht, da nehme ich vielleicht schon mal eine Schwäche des Films vorweg. Also hier ist es ja so, dass die Hauptdarstellerin also mehr oder weniger für den Zuschauer ja fast als Täterin schon einmal ausscheidet. Das hätte man vielleicht auch noch irgendwie anders gestalten können. Ja gut, auf jeden Fall ist es so, dass da die Parallele zum unsichtbaren Auge. Die Frau, die vorher in ihrer Wohnung gelebt hat, ist bei einem Sturz ums Leben gekommen. Wie wir später auch oder wie man eigentlich als geübter Zuschauer von Kriminalfilmen weiß. Das heißt, da haben bestimmt andere ihre Hände mit im Spiel gehabt auch. Und es bleibt auch nicht bei diesem einen Todesfall, muss man auch mit dazu sagen. Jetzt ist nur die Frage, wie viel wollen wir tatsächlich vorweg verraten? Ich würde sagen, wir können sehr viel verraten. Natürlich sollten wir nicht verraten, wer der Täter ist. Gut, okay. Dann verraten wir den Täter nicht. Und ja gut, es ist vielleicht auch, gut, wenn wir ihn nicht verraten, dann verraten wir vielleicht auch mal sein Motiv nicht. Aber es gibt ja, er ist ja nicht der einzige Psychopath, der da drin lebt. Das muss man ja auch mit dazu sagen. Ja gut und auf jeden Fall und dann haben wir die nächste Parallele zu Karten, dass das unsichtbare Auge unsere Lektorin, die bekommt ja auch ein Fernrohrgeschenk, mit dem sie jetzt die Gegend beobachten kann. Aber es wird noch intensiver und das wird dann eben für den zweiten Teil unserer Analyse auch spannend werden. Da sollte ich soweit schon mal mit sagen, dass dieses Hochhaus auch kameral überwacht wird. Und das ist vielleicht so im Nachgang. Es ist ein Film, der über 30 Jahre alt ist und der eben diese Thematik auch sehr ausführlich anspricht. Ja, wie ist es denn eigentlich, wenn man permanent der Überwachung ausgesetzt ist? Also das ist tatsächlich ein, gut die Thematik, die ist ja auch nicht neu, aber das ist ein Film, der wirklich mit diesem Element sehr spielt. Und am Ende wird es ja so sein, dass unsere Hauptdarstellerin anfängt, auch Kameras zu zerstören und mit dem Leben beginnen möchte. Also das ist vielleicht eine ganz wichtige Symbolsprache, die wir da auch in dem Film mithaben. Was wir vielleicht an der Stelle auch noch erwähnen sollten ist, ein ganz berühmter Kameramann hat den Film ja auch gedreht und zwar Wilmus Sigmund. Also sehr bei Klassikern wie Unheimliche Begegnung der dritten Art oder Die durch die Hölle gehen, also eine große Vielzahl von wirklich berühmten Filmen. Oder Heaven's Gate auch, also der Film von Michael Kiebner. Der Tod kennt keine Wiederkehr. Ja genau, der Tod kennt keine Wiederkehr und auch andere Filme von Brian De Palma, also Schwarze Engel, da war er auch mit dabei. Und bei der Black Dahlia, also aus dem Spätwerk, dann aus dem Jahr 2006. Also Simon hat eine sehr, sehr lange Erfahrung als Kameramann, hat eben auch da großartige Filme dann. Also die tragen seine Handschrift, also vor allen Dingen ist es so diese Bildsprache, die wir da vor allem in Unheimliche Begegnung der dritten Art haben. Und das haben wir in Sliver eben auch. Also man ist, dieser Film, der kann das wirklich eigentlich in Grund beängstigend darstellen, dass diese Personen eigentlich ständiger Überwachung unterliegen. Aber vor allem, aber das ist auch das Spannende, diese ständige Überwachung, die verhindert eben nicht, dass die Personen dort eben auch schreckliche Tode erleiden. Sondern eigentlich begünstigt das das eher noch mit. Ja, genau. Wo du gerade Brian De Palma erwähnst, das ist ganz interessant, so eine Parallele zu ihm zu ziehen, was den Film angeht. Gerade was jetzt mit der Kameraarbeit zu tun hat, die Blickwinkel und dergleichen. Was kannst du denn dazu sagen? Also wenn wir jetzt, also von Brian De Palma, der Tod kommt zweimal, eine Hommage an Alfred Hitchcock auch. Da geht es ja darum, dass auch, also ein Schauspieler in dem Fall, der mietet sich eben in ein Apartment ein. Und der Vermieter, der hat da auch ein großes Fernrohr und der erzählt davon, ja, gegenüber da ist eine Frau, die eben praktisch, ja gut, nachts Stryptease durchführt. Also das ist natürlich der Anlass auch, dass er gerade eben deshalb auch beobachtet, also so die deutliche Parallele zum Fenster, zum Hof. Also man muss auch mit dazu sagen, also der Mann hat ja gerade eine gescheiterte Beziehung hinter sich. Und ja gut, also er beobachtet eben und er wird schließlich Zeuge, wie die Frau oder die Frau, die er für diese hält, mit einer Bohrmaschine getötet wird. Also das ist auch, also das ist so, also da würde ich sagen, schon auch eine ähnliche Handlung wie bei Sliver. Da geht es eben auch um Beobachten und auch Getäuscht werden. Das ist ja auch eine sehr, das ist ja auch ein sehr zentraler Aspekt. Aber bei Sliver würde ich tatsächlich sagen, Sliver ist ein Film, bei dem ich jetzt nicht unbedingt die, also den ich jetzt nicht unbedingt als eine Hommage von Alfred Hitchcock sehen würde. Also das ist also John Carpenter und Andy Palmer, ganz klar, also für die ist Hitchcock, also das ist so, fast so eine Art Gott, muss man schon sagen. Also an dem sie eben ihre Hommage eben immer drehen. Aber Sliver, finde ich, hat da tatsächlich eine eigene Handschrift. Und zwar, wenn wir da über die, dann über die Psychologie der Kameralinse auch sprechen, ist er auch sehr stark verhaftet in die, ja gut, eigentlich so in die Philosophie der, so ab den 1970er Jahren. Also bei Hitchcock, da würde noch Psychoanalyse eine große Rolle spielen. Das hätte ich jetzt in Sliver so nicht gesehen. Und gut, da haben wir natürlich auch vieles mit zerstörten Beziehungen. Also ich meine, allein die Hauptdarstellerin, gerade nach der Scheidung, dann oder auch da diese im Grunde brüchige Beziehung, die sich da mit dem Besitzer des Hauses eigentlich auch anbahnt. Also das haben wir da eben auch. Und ich finde es eigentlich, damit reiht sich Sliver für mich eher in so Filme mit ein wie Shivers. Also sogar der Titel klingt schon mal so ähnlich. Von David Cronenberg aus dem Jahr 1975. Also der auch in ein Hochhaus spielt. Da ist es aber so, dass Menschen eben von einem Parasiten befallen werden, der sexuelle Bedürfnisse weckt. Also aber durchaus zumindest eine ähnliche Lokalität. Und Cronenberg, der hat ja tatsächlich dann 1994, also kurz nach Sliver, dann Crash nach dem Roman von James Green Ballard verfilmt. Also auch ein Film, wo es eben um erotische Obsessionen geht, da in dem Fall aber mit Fahrzeugen. Also das ist so ein bisschen da, also wo man, also praktisch, wo sich die Beziehung von Menschen zu Gegenständen verlagern. Und dieser Ballard, der hat auch einen Roman geschrieben, High Rise, der eben auch im Deutschen mit der Block oder das Hochhaus übersetzt, ist auch mittlerweile verfilmt worden. Aber eben auch ein Buch, in dem es eben praktisch um die unterschiedlichen Geschichten der Bewohner geht. Das Ganze mündet eben da auch in eine Katastrophe. Also eher in die filmische und literarische Tradition, da würde ich jetzt Sliver am ehesten hinein verordnen. Passt besonders der Bezug zu Hitchcock, der ist doch ein bisschen weiter weg. Das sehe ich ganz genau so. Eigentlich hat der Film doch alles, was man sich wünschen kann für einen Film. Eine relativ gute Story mit einem interessanten Twist. Dann haben wir die guten Schauspieler und die Kameraarbeit, die du erwähnt hast. Also es spielt alles mit rein. Für viele natürlich auch die Erotik, die da drin eine Rolle spielt. Allerdings eine kleinere, würde ich schon sagen. So heftig ist der Film nicht. Also gut, Basic Instinct ist vielleicht aus heutiger Sicht auch, also ich meine, dass der Film damals einen Skandal hervorgerufen hat, ist heute kaum mehr nachvollziehbar. Heute Standard. Trotz allem, ja genau, aber trotz allem würde ich tatsächlich da die entsprechenden Szenen durchaus, also wenn ich es mit Sliver vergleiche, dann noch etwas durch etwas heftiger auch sehen. Und ich denke mal, das war aber doch einer der Gründe, warum es Asher & Stone doch für die Rolle ausgewählt wurde. Aber es gibt noch einen vierten Punkt, den der Film wirklich besonders macht und das teilt sich in zwei Teile auf. Das eine ist der Score des Films, also die Filmmusik und die Songs, die da drin gespielt werden, also die Musikstücke. Wir haben ja, den Score hat ja niemand Geringeres gemacht als Howard Shore aus Titanic, also aus Titanic, der hat den zu Titanic gemacht. Ich denke, das ist jetzt wohl einer seiner bekanntesten. Genau, 1997, ein paar Jahre später. Das war schon sehr gut, also hier drin auch gut untermalt, aber was doch deutlicher hervorkommt, sind die Songs. Also von Enigma zum Beispiel, da haben wir Carlos' Lonelys oder der Song von BU40, ich glaube, ich habe das richtig ausgesprochen, Can't Help Falling You In Love. Der ist natürlich sehr deutlich, der kommt mehrfach im Film vor und ich glaube im Abspann. Und auch heftigere Lieder wie von Flug, da haben wir Slit, das ist auch ein klasse Song, höre ich mir auch sehr gerne an, muss ich sagen. Und Wild at Horde hört man auch sehr oft. Also es gab ja da die negativ gemeinte Kritik, also dass der Film eine sehr große MTV-Ästhetik deshalb hätte. Ich finde, das ist eigentlich ein Bonus. Ich muss auch sagen, das ist also solche, ich meine, das gibt es in unterschiedlichen Filmen, wie jetzt bleiben wir mal im Erotikfilm Neuneinhalb Wochen von Adrian Lyon, der ja ursprünglich Werbefilmer gewesen ist. Also auch das ist ein Film, der eigentlich wie so ein endloser MTV-Clip manchmal wirkt, aber das ist, das macht diesen Film aber so besonders, finde ich einmal. Also dass man da immer diese Musikstücke mit einspielt und da eigentlich auch, da würde ich, das würde ich auch wieder so in der, in der Tradition würde ich da Sliver auch verordnen. Und ich finde es wichtig, dass man da eben praktisch so mit Musik arbeitet. Passt auch zum Drehbuchautor, der hat ja auch das Drehbuch zur Flashdance, also der erste Film von Adrian Lyon ja auch, auch verfasst. Also interessant, wie sich da immer so der, der Kreis schließt, eigentlich so etwas, etwas Eigenes so zu machen. Also es ist ein Thriller, es ist ein Erotikfilm, es ist auch ein Musikfilm. Und das ist eigentlich, und er passt deshalb auch wirklich gut eigentlich in die 1990er Jahre hinein. Und ich bedauere es eigentlich tatsächlich, dass der Film heute nicht als eine Art Kultfilm der 90er gilt, obwohl er das eigentlich verdient hätte. Und vielleicht wird er ja mal entsprechend diesbezüglich auch entdeckt. Und vielleicht können wir ja sogar damit beitragen. Also das würde mich sehr freuen. Oder vielleicht diejenigen, die ihn auch ja damals gesehen haben, oder ihn jetzt anschauen möchten, schreibt doch gerne mal, was ihr über den Film auch denkt in die Kommentare. Und nicht nur in die Kommentare schreiben, liked auch unser Video, ganz wichtig, und abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, weil wir werden noch über viele besondere Filme und deren Hintergründe sprechen. Da könnt ihr euch auf was freuen. Wo du die Kritiken ansprichst, die haben den Film ja damals sehr niedergemacht. Wir haben da ja so einige verschiedene Kritiker, die da gerne mal reingeprescht haben. Ich lese mal gerade vom internationalen, wie hieß das noch? Lexikon des internationalen Films. Ja, ganz genau. Die sind ja immer sehr deutlich in ihren Kritiken, sag ich mal, gerade bei vielen Abwertungen. Haben wir aber oft die Filme gar nicht wirklich gesehen, hat man den Eindruck. Ja, ganz genau. Das hatten wir letztens auch bei Star Trek besprochen. Zum Beispiel hier ausschließlich an der sensationellen Perspektive des Voyeurismus interessierter Film, der in erotischen und kriminalistischen Plattitüden und Klischees erstickt. Naja, das war wohl die damalige Sichtweise. Ich konnte mich dem nicht so ganz anschließen. Er erinnert mich irgendwie so an die Kritik von Pieping Tom. Weil da irgendwie ja doch, aber irgendwie merkt man, dass die Filme dann doch der Zeit voraus sind. Weil auch ich würde, ich würde, ich würde das auch, ich würde es lieber auch tatsächlich als einen Film in der Tradition sehen. Weil da geht es ja auch, also bei Pieping Tom darum, dass jemand ständig mit der Kamera unterwegs ist, alles filmt, also auch alles einfängt. Was manchmal so gar nicht bewusst ist, aber irgendwann kann man sich die Filme anschauen und dann sieht man da der, das und das getan oder das und das gesagt. Und das kann auch unangenehm sein. Und ich denke mal, das war so gut 1960, da vielen schon bewusst und deshalb wirkt dieser Film auch zu der ohnehin schon schwierigen Geschichte, aber eigentlich noch unangenehmer. Und ich könnte mir vorstellen, dass so eine ähnliche Aversion da auch 1993 oder in den Folgejahren gegen Sliver bestanden hat. Weil damit wird man ja jetzt konfrontiert, was ist denn eigentlich dann, wenn die, wenn eine ganze Stadt Video überwacht wird. Oder, oder eigentlich, ich würde den Film sogar heute besonders brisant sehen. Und zwar, was ist denn jetzt eigentlich mit diesen Smart Village, die da eigentlich entstehen, diese, diese Smart Cities. Das sind ja eigentlich auch Lokalitäten von ständiger Überwachung. Also es ist natürlich, ich will jetzt gar nicht bestreiten, dass so viele Vorteile damit auch verbunden sind. Aber man muss auch damit sagen, also diese, dass es auch, also das begünstigt, dass man eigentlich einer ständigen Kontrolle einer Überwachung unterliegt. Und vor allen Dingen bei Sliver. Und das finde ich eben so wirklich den unangenehmen Grundgedanken davon, dass ja mehr oder weniger die Personen, die dort wohnen, die haben ja keine Privatsphäre mehr. Also alles wird ja auf den, auf den, auf den Videos aufgezeichnet. Und ja, eigentlich im Grunde. Da muss ich, da muss ich jetzt kurz einhaken. Ein kleiner Hinweis an unsere Zuschauer. Jetzt beginnen wir wirklich mit Spoilern. Wer den Film noch nicht gesehen hat, sollte jetzt tatsächlich mal abschalten. Normalerweise sollte man es den Videos nicht raten. Aber hier in dem Fall schon. Oder wer uns gerne weiter lauschen würde, jetzt gehen wir nämlich langsam in den Bereich der Psychologie der Kameralinse. Was durchaus interessant ist in der Überwachung. Und du hast gerade gesagt, im Haus wird alles überwacht. Wie denn? Der Besitzer hat die Kameras installiert. Also das ist so, er wohnt ja eigentlich relativ unauffällig in dem Gebäude selbst. Also man denkt eigentlich, hier ist auch ein Mieter wie die anderen. Etage 13, ne? Ja, okay. Das noch, das noch eine wichtige Symbolsprache da drin. Genau, und das ist natürlich auch im, also 13, ja, die ja tatsächlich auch irgendwo, ja, also mit, mit, teilweise mit, ja, mit einer gewissen Symbolik natürlich da ja auch aufgeladen ist. Das ist klar. Aber, ja, er ist ja derjenige, der zum, ja, der eben eine Affäre auch mit, mit der Lektorin beginnt. Und dann gibt es eben noch den Schriftsteller, der praktisch sehr aufdringlich vor gerade diesem Mann warnt. Und irgendwann mal offenbart er eben auch, ja gut, ihm gehört dieses Gebäude. Und er hat aber jetzt das ganze Gebäude eben mit, also natürlich mit Nichtwissen der Personen dort. Also heute würde man, heute hängt irgendwo eine Kamera, aber da wird man auch, wird auch deutlich darauf hingewiesen, ja, die befindet sich da. Und das wird eben noch eine gewisse Zeit aufgezeichnet, weil es könnte ja strafrechtlich oder zivilrechtlich relevant sein. Also auch interessant, wie man heute damit ein Phänomen Datenschutz, aber so etwas, das gibt es da gar nicht. Also das ist wirklich, dass die Personen, die dort wohnen, die wissen nicht, dass ihre komplette Wohnung Kamera überwacht ist. Also das ist auch so in den 70er Jahren so ein Film wie, wie der Dialog von Coppola, da wird eben alles so abgehört. Das ist jetzt so, also die nächste Stufe jetzt wird eben gefilmt. Und vor allen Dingen, aufgrund dieser Kameraaufnahmen, weiß man natürlich auch, wie die Personen wirklich zu Tode gekommen sind. Und das ist so, der Besitzer des Hauses, der weiß das eben auch. Also das ist, das sieht man da auch. Und es ist vielleicht auch etwas, etwas Spannendes, dass am Ende ja diese, diese Kameras zerstört werden. Und ja, unter irgendwie so ein, ja genau, unter irgendwie Sharon Stone ja so etwas ruft, das jetzt anfängt zu leben, das Leben beginnt. Das ist eigentlich auch etwas, etwas, ja, etwas Spannendes, was wir in vielerlei Hinsicht, also aus Philosophie heraus kennen. Also ich kenne da, also ich hatte vorhin gesagt, dass er der Philosophie aus den 70er Jahren damit präsent ist. Mein kurzer Hinweis, 1975 ist ja Überwachen und Strafe von Michel Foucault erschienen, wo eben Foucault so etwas wie die panoptische Gesellschaft eben beschreibt. Also ursprünglich eine Art Arbeitshaus im industrialisierten England, also wo man, wo es verschiedene Fenster und Wärter gegeben hat. Und die Personen, die da eben arbeiten, die müssen natürlich ihre Arbeit verrichten. Die wissen nicht, ob sie jetzt gerade beobachtet werden oder nicht. Das ist so eine gewisse Metapher für Foucault, für die moderne Welt. Also das nennt er Disziplinargesellschaft, also dass mehr oder weniger die Personen, die da leben, die haben das schon so sehr verinnerlicht, dass sie eben unter Beobachtung stehen, dass sie sich möglichst eben konform auch verhalten. Und ja, so vor so etwas wie einer vollständigen Überwachung, der wird da eigentlich auch schon gewarnt da drin. Oder was ich auch interessant finde, ja, man, dass eben praktisch, also dieser, der Schluss des Films, der mich auch, den ich für sehr gelungen halte. Also mich hat es tatsächlich sehr beeindruckt, dass man es da gar nicht einmal so, also ungewöhnlich für einen Kriminalfilm, dass ja gar nicht mal jetzt um die Auflösung des Kriminalfalls so geht, sondern eigentlich um die psychologische Entwicklung, die die Hauptfigur da eigentlich macht. Ich interpretiere das Ende tatsächlich so, sie möchte also etwa praktisch ihre Privatsphäre wieder zurückerlauen. Ich glaube, man kann jetzt gerade, wo du das erwähnt hast mit Sharon Stone, die dann sagt, geh ins Leben zurück, was sie denn gerne möchte. Da kann man sagen, sie repräsentiert die Bevölkerung, die das nicht möchte. Und Sieg Hawkins, der ja diese Kameras installiert hat und führt und das halt auch sehr gerne weiter betreiben würde, ist der Staat. Dann kann man ja fast schon so sagen. Ja, 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 das ist, das ist, das denke ich mal so, das soll so in der Analogie so auftauchen. Also das wäre auch, also gut, ich weiß nicht, wie weiter wirklich der, also er geht ja auf den Roman schon von Iron Man zurück, da wird es auch so beschrieben. Aber das ist natürlich, gerade so muss man auch mit dazu sagen, also seit den, also spätestens seit den 1980er Jahren gibt es ja starke Bürgerrechtsbewegungen. Also so etwas wie, wie so eine, wie hieß denn das da, diese, also da, wo von allen Bürgern Daten erhoben werden sollten, so Ende der 1980er Jahre, da gab es unglaublichen Widerstand dagegen. Also es ist vielleicht jetzt eher, das hat sich in unseren Jahrtausenden dann ins Gegenteil verkehrt, dass die Leute eigentlich in sozialen Netzwerken so alles von sich bekannt geben. Aber ja, diese Datenerhebung, die wollte man eben nicht. Und auch unabhängig, also gut, Befürworter von der Videoüberwachung, die argumentieren ja damit, ja gut, Sicherheit, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Gut, würde eventuell natürlich auch Aufklärung wirklich von Straftaten, aber die Kamera verhindert die als solche nicht. Das muss man auch mit dazu sagen. Und das kommt nämlich in den Filmen sehr deutlich zum Vorschein. Die Kamera, ja, sagen wir es mal, ist unparteiisch. Versteckt, ja gut, aber der unparteiische Zuschauer in dem Moment, der zeichnet das eben auf. Aber das ist so auch so, man merkt es so richtig, es ist natürlich Technik, aber die aber vom Menschen installiert ist. Aber das ist auch, für mich ist dieser Vermieter schon jemand auch, der im Leben einfach Schwierigkeiten im Umgang mit anderen eben hat. Ich meine, so lernen wir ihn eigentlich im Grunde auch in den Filmen kennen als solches. Also das ist schon eine wahnsinnige Obsession, die der eben auch betreibt. Es geht eigentlich noch weit über das hinaus, was wir, wir haben ja einige Filme mitgenannt, wie das Fenster zum Hof oder auch der Tod kommt zweimal. Also da, wo es eigentlich nur darum geht, dass irgendwie Personen entweder aus Langeweile oder eben aus, wo das auch genannten Gründen da jetzt irgendwie andere beobachten, aber jetzt bei weitem nicht in der Intention, wie wir das jetzt eben in Sliver da haben. Also weil das ist ja nicht nur das Beobachten, man hat, er hat ja damit auch die Kontrolle darüber. Also er erkennt ja intime Details von allen Mieterinnen und Mietern, die jetzt da drin wohnen auch. Also an dem Punkt muss ich jetzt wirklich sagen, zitiere ich mal Roy Black, das Schönste im Leben ist die Freiheit, oder? Ja, ja. Und die wird definitiv durch diese Kameras und die Überwachung eingeschränkt, weil man verändert sich ja auch selbst. Man möchte ja nicht von sich selbst so viel bilden, wie wir jetzt hier auch, wo wir hier sitzen, geben wir auch viel von uns preis. Das ist ja nicht so, ne? Ja, natürlich. Dessen muss man sich immer bewusst sein. Aber wir machen es ja offen und wir können damit umgehen. Ja, das ist ja. Und da sind wir bei dem Punkt, wo ich dich vorher noch unterbrochen hatte, wo du mit diesen Smart Cities angefangen hast. Finde ich sehr interessant, wenn wir jetzt in diesen Bereich gehen, da ist ja nun wirklich keine große Freiheit mehr. Ob jetzt die Kameras in den Wohnungen sind, das bezweifle ich. Ja, gut, das ist eben, deshalb finde ich gerade, gut, es gibt natürlich, also das hat man, also die Philosophie von Foucault, die ist natürlich mittlerweile auch erweitert worden. Er schreibt das eben in seiner Zeit, wo er bestimmte Entwicklungen einfach auch noch nicht kannte, das ist klar. Aber ich finde gerade diese Warnung vor der Disziplinargesellschaft und die ist heute eigentlich schon besonders aktuell, weil damit, also er sagt ganz klar, dass damit eben auch Macht ausgeübt wird. Und diese Disziplinar-Macht besagt auch, dass alle Mitglieder der Gesellschaft in einer gewissen Weise an dieser Macht mit teilhaben können. Das heißt natürlich auch, er macht in dem Sinn, dass man eben andere überwacht, dass man andere denunziert, dass man sich möglichst konform überall einordnet. Also gerade das ist, das ist eigentlich vor allen Dingen eine, ja gut, deshalb würde ich sagen, gerade als Soziologe ist Michel Foucault heute ein wahnsinnig wichtiger Denker. Aber ich finde es auch interessant, dass in Filmen eine solche Thematik eben mit eingeflochten ist, die eben der zum Nachdenken auch anregt. Und die, die, wie du auch sagst, die so etwas wie individuelle Freiheit verteidigt auch. Also das ist, das ist ja vielleicht auch, es ist nicht einfach nur ein Kriminalfilm, den man sich anschaut, man rät mit, wer ist denn jetzt eigentlich der Mörder. Nein, das ist ja ganz klar, dass der Film sich positioniert. Ja, es gibt Bürgerrechte, es gibt individuelle Freiheit und das soll verteidigt werden auch. Also das ist, so würde ich tatsächlich auch das Ende des Films eben als eine Art Botschaft eben auch interpretieren. Ja, was nehmen wir denn jetzt das Fazit zu dem Film? Ja gut, wir haben ja, also vielleicht doch so viel, sei noch erwähnt, der Vermieter ist nicht der Mörder. Also das ist auch eine... Jetzt können wir es ja sagen, ja. Jetzt können wir es sagen, jetzt können wir es sagen, ja. Und zwar ist vielleicht auch interessant, dass der Täter ist tatsächlich der Schriftsteller. Ja, da hat er und, ja gut, auch da zu seinen Motiven eben, da ging es ja auch um, ja gut, um Eifersucht oder auch um, ja gut, eine andere Person besitzen zu wollen. Also auch sexuelle Obsession spielt da schon eine Rolle auch mit. Ich muss auch damit dazu sagen, bevor Sharon Stone die Kameras zerstört, wird sie eben diesen Mann auch töten. Also das ist eben auch noch ein wichtiger Teil des Films. Was bringt der Film auch für ein heutiges Publikum? Also obwohl das ist auch natürlich gerade das, gerade dass er drei Jahrzehnte alt ist, aber eben heute eine sehr aktuelle Thematik eben auch mit aufgreift. Das ist ja durchaus, also ich meine, die Videoüberwachung, die ist allgegenwärtig. Also das ist da, wenn man irgendwie am Bahnhöfen ist oder auch in Aufzügen und so weiter. Man weiß halt nie, wer wirklich jetzt das auswertet. Eigentlich im Grunde ist es, ja gut, es zwingt schon zu einer gewissen, ja, zu einer gewissen Anpassung. Also das ist so, also man möchte nicht irgendwie etwas, ein wenig irgendwelche Bewegungen machen, die vielleicht seltsam interpretiert werden. Also vielleicht, dass man da irgendwie am Bahnhof dann vielleicht für einen Betrunkenen oder so gehalten wird. Das ist natürlich, also das ist so etwas, so etwas kommt natürlich durch diese Kameras auch. Aber ich wage jetzt mal eine sehr ketzerische Behauptung, dass diese Kameras in den wenigsten Fällen wirklich verhindern, dass jemand wirklich physisch angegriffen wird, irgendwelchen physischen Schaden eben erleidet. Also das ist da, gut, vielleicht später, dass man bei der Aufklärung da, das wäre halt wieder auch der Sicherheitsgedanke, da könnte es tatsächlich eventuell wirklich natürlich von Vorteil sein. Also dass man das anhand von diesen Aufzeichnungen eben auch vollziehen kann. Mal noch ganz kurz zur Technik zu kommen. Es ist ja schon ein Riesenakt gewesen, das ganze Haus zu vernetzen, oder? Wenn man sich das vorstellt für die 90er, ist nicht so wie heute. Heute hat man natürlich da einfachere Möglichkeiten. Aber das war schon sehr imposant. Also da gab es ja noch keine Flatscreen und die Wärmeentwicklung, das muss man ja auch berücksichtigen. Und da hat er da diese Riesenwand und er sitzt wie so ein Chef mit einem Schreibtisch davor und kontrolliert alles. Das hat schon ein paar interessante Einblicke, muss man schon sagen. Kontrollfreak. Und naja, gut, jetzt müsste ich sogar sagen, gut, jetzt verstehe ich den Titel auch zweideutig, weil die Splitter der Kameras ja auch. Genau. Genau, jetzt ist dann, ja, genau, dann wird der Titel zweideutig und passt dann eigentlich auch ganz gut, jo. Ein wunderbarer Film. Kann man wirklich nur ans Herz legen, ihn nochmal zu sehen. Schönen 90er-Like. Und was ich auch sagen muss, vielleicht wirst du mir dazu stimmen, ich finde, er ist sehr gut gealtert. Ja, ja, ich muss mit dazu sagen, also ja gut, weil ich halt sehr, wie soll ich das sagen, ja, also gerade die 90er-Jahre sehr aktiv miterlebt habe, eigentlich eine, ja, ich würde mich auch mal zu dieser MTV-Generation der 90er-Jahre aufsehen. Ja, ja, deshalb muss ich auch mit dazu sagen, also gerade, also damals waren ja auch Musikclips unglaublich toll, also 80er, 90er-Jahre, die Musikvideos, die gefallen mir unglaublich gut. Und gerade deshalb, also weil er eben diese Ästhetik auch hat, also das ist auch der Grund, warum mir der Film eigentlich im Grunde damals gut gefallen hat und heute eben auch. Und wie du schon sagst, jetzt ist es eigentlich so ein bisschen wirklich wie guter Wein, muss man schon mal sagen. Also gerade ist es heute natürlich bei all dem, ja gut, also dieser düsteren Thematik, eine gewisse Nostalgie ist ja natürlich auch verbunden, gerade wenn man die ganzen Lieder dann eben in den Filmen auch hört. Und eben ja, gerade, also wenn man ihn sieht, also man merkt, es ist 90er-Jahre und es ist natürlich eigentlich die Handschrift des Drehbuchautoren, des Kameramanns, also das ist das, das merkt man den Film auch eindeutig an. Ja, ein großartiger Film. Man kann nur sagen, leider in Deutschland noch nicht auf Blu-ray erschienen, darauf warten wir noch von Paramount. Und wahrscheinlich haben sie sich sehr stark auf Paramount Plus jetzt konzentriert. Ich weiß nicht, ob es dort verfügbar ist, wäre nicht schlecht, den mal in Haikyuu zu sehen. Es gibt ihn nur auf DVD bislang, auf dem deutschen Markt und da könnte die Qualität noch ein bisschen besser sein. Und da warten wir mal auf die Veröffentlichung. Ich habe noch nicht so noch gefragt, muss man leider auch sagen, ja. Ja, gut, vielleicht können wir das jetzt ändern. Leute, schaut euch den Film an, wir wollen die Blu-ray haben. Ja, damit hätten wir es geschafft, Stefan. Ich bedanke mich bei dir für deine Ausführungen. Klasse. Und ich habe jetzt mal wieder richtig Bock, den Film zu gucken. So geht es mir auch. Vielen Dank, Jan. Genau. Und ihr da draußen liked dieses Video, schreibt eure Kommentare dazu. Wir beantworten sie sehr gerne und abonniert unseren Kanal. Damit unterstützt ihr uns. Und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Movie Time. Bis zum nächsten Movie Time. Ciao. 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 Ciao.